Es ist für uns selbstverständlich, nämlich dass wir uns im Winter nicht durch tief verschneite Straßen und Gehsteige plagen müssen. Selten denken wir darüber nach, was dafür bereits in den frühen Morgenstunden geleistet worden ist. Auch der Bauhof der Gemeinde Steinach-Bürg stellt sich alljährlich dieser Herausforderung. Der Winterdienst nimmt in unserem Breiten, in unserem Jahresablauf einen wesentlichen Stellenwert ein. Wir fangen ja mit den Vorbereitungen bereits im September an, mit dem Einschlag der Schneestangen, bis überhin zu den Vorbereitungen für die Gerätschaften, dann der eigentlichen Winterdienst, den man ja heute dann auch sieht und wo es einmal richtig schneit und weit und bis außer dann ins Frühjahr, wo man dann die mehr oder weniger Reste des Winters mit Splitt etc. dann beseitigt wieder. Der Tag beginnt früh für die Männer der Schneeräumung. Während die meisten noch friedlich an ihren Matratzen horchen, müssen sie sich bereits an die Arbeit machen. Es sind acht Leute am Bauhof, wir fahren mit acht Räumfahrzeugen und einer hat jetzt mal jede Woche, ein anderer hat eine Bereitschaft. Der steht um eins, zwei in der Früh auf, schaut, wie ist das Wetter, hat es geschrieben, ist eisig geworden, hat es geregnet, Schneeregen und so weiter. Der alarmiert dann den restlichen Bauhof und dann rückt man aus. Etwa 200 Kilometer Straße und Wege sind zu räumen. Circa 500 Tonnen Splitt und 200 Tonnen Salz werden in der Saison zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgebracht. All das geschieht natürlich nicht willkürlich, sondern folgt einem genauen Plan. In der Früh starten wir meistens, je nach Schneelage, zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr. Dann wird einmal ein Fahrzeugcheck durchgeführt, wo beim Fahrzeug so weit alles in Ordnung ist, wo wir durchstarten können. Dann werden die Prioritätsstrecken freigehalten, wo am meisten Frequenz im Straßenverkehr zum Erwarten ist und dann geht es weiter mit Ausfahrten, Feuerwehr, Roten Kreuz, Polizei und wichtige weitere Straßenzüge. In Steinach-Pürk gehören nicht nur die Verkehrswege und Parkplätze zur Agenda des Bauhofs. Auch der Fußballplatz wird Schnee und Eis frei gehalten. Ich fräse den Kunstrasen ab, so wie gestern. Heute habe ich eigentlich angefangen damit, weil gestern hat es auch schon geschnitten und gesturmt. Und durch den Sturm, da kann ich nicht abfräsen, weil hinten wird es mir eigentlich auf die Freude drauf, da kriege ich eine Eisbildung drauf, das geht nicht. Aber heute haben wir wieder halbwegs einen Tag, es schneit sich, da windet noch ein wenig, aber es ist nicht so tragisch. Und jetzt werden wir es sicher, wenn ich das jetzt angehe und den Kunstrasen in zwei Stunden frei habe. Steinach liegt auf 655 Metern, der Ortsteil Wörschach-Wald aber gleich um 400 Meter höher. Ein wahres Schneeloch. Seit Jahrzehnten ist es Christian Schachner, der Heche Grischei, der die hochgelegenen Ortsteile Zleim und Wörschach-Wald zugänglich hält. Ich bin den ganzen Winter hier oben verantwortlich ist, der Streudienst alles zu machen. Es muss alles Pico-Belle-Banana sein. Bei mir heißt es um drei Uhr der Früh, außer von der Garage und raus, kleinen Hauptweg durch Richtung Glachau. Zleim, zu allen Bauern durch und so ungefähr um sieben bin ich da wieder. Und dann sind die ganzen Parkplätze, Siedlungen, alles zu weitermachen und dann nach den 64 Kilometern geht es wieder ab in die nächste Runde. Und so ist es wie heuer. So ein Winter ist ja natürlich für mich eine einfache Sache. Ich habe schon viele andere Winter erlebt, wo es ganz anders ausgeschaut hat. Zum Beispiel vor zwei Jahren, wo es wirklich extrem viel Schnee gehabt hat, wo man kein Schneestecken, nichts mehr gesehen hat. Damit die Bauhof-Mitarbeiter ihren Schneeräumdienst wirklich optimal erfüllen können, gibt es auch Anliegen an die Bevölkerung. Ich glaube, da rede ich für jeden Winterdienst, wo es unterwegs ist. Es ist für uns relativ schwierig, wenn Fahrzeuge im Straßenbereich so gepackt werden, dass wir fast nicht durchkommen mit unseren Fahrzeugen, dass erste Sträucher in den Fahrbahnbereich reinerragen, wo wir uns die Spiegel kaputt machen oder die Fahrzeuge beschädigen. Und gerade, wenn wir Kreizungsbereiche rahmen oder irgendwelche unübersichtlichen Stellen im Straßenverkehr, dass vielleicht der Verkehrsteilnehmer ein bisschen Rücksicht hat auf den Winterdienst und da eher in Winterdienst in Fahrung lässt, weil wir haben sehr viel zum Berücksichtigen und zum Schauen, dass wir so unfallfrei und sicher wie möglich unterwegs sind. Die Bauhof-Mitarbeiter sind im Winter täglich gefordert. Vielleicht nehmen wir es nicht mehr einfach als gegeben hin, dass wir auf geräumten Wegen zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum Arzt kommen. Es ist der Beweis, dass sich einige wenige in den Dienst der Bevölkerung gestellt haben und gute Arbeit leisten. Da ist man schon stolz, wenn man dann durch den Ort fährt und eben bei widrigen Umständen, dann sehe ich, dass die Straßen geräumt sind, gestrahlt ist und man dann das Feedback von den Leuten auch kriegt, die dann zufrieden sind und sich dann einmal auch bei den Leuten bedanken, was man natürlich gern weitergibt. Bis zum nächsten Mal!